Was geht ab, Freunde, Supporter? Euer Sorb am Start mit einer weiteren abgedrehten, abgespaceden For Your Returnal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, Freunde, wie immer, danke erstmal für das Feedback. Wie immer, wenn ihr Bock habt auf mehr, wenn es euch gefällt, nehmt euch kurz die Zeit. Lasst ein bisschen Liebe da, lasst ein bisschen Support für die Videos da. Und, ja, checkt die Videobeschreibung ab. Checkt mein Partner der Instagram-Gaming ab. Und folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Seiten und itch. Wir machen weiter. Was haben wir denn hier? Hellensucher. Oh, 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 oh. Alter, die ist geil, die ist geil. Bonusschaden. Bonusschaden haben wir aber bei der anderen mehr. Ich glaube, Bonusschaden ist schon was Geiles. Ich habe tatsächlich beim letzten Mal nicht weiter aufgenommen, sondern habe es tatsächlich mal probiert, die Konsole in den Ruhemodus zu versetzen. Und siehe an, es geht. So kann man den Fortschritt beibehalten. Ist ja unfassbar, oder? Das ist anscheinend die einzige Möglichkeit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Jetzt kommt doch mal raus. Hier sind doch Gegner ohne Ende bestimmt, oder? Oh, scheiße. What? Boss schon? Habe ich nicht einen von dir platt gemacht als Boss? Ich bin gar nicht eingespielt. Oh, nein. Oh, oh. Das ist ja unfair. Das ist ja unfair. Das hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja mega gelohnt, Alter. Oh, mein Gott. Ja, gut. Ich hatte wenig Lebensenergie. Egal. Ich will mich direkt da nochmal in. Gar kein Problem. Dann kann ich mich währenddessen ein bisschen einspielen für die neue Folge. Was haben wir hier Schönes? Die Entschlüsselung der blutroten Xenoglyphen hat keinen Symbolismus hinter den Statuenumhüllungen ergeben. Ersticken, Gefangenschaft, Metamorphose. Ich hülle mich ein und verstecke mich. Mein Schatten lauert überall und tiefer. Vielleicht haben sie sich nur verarztet, um dann zu etwas Größerem zu werden und aufzusteigen. Ja, vielleicht. Ich hemmt die Verwendung von Sylphion. Oh, ja, ja, ja. Obolit, oder wie die Scheiße heißt, Alter. Gibt mir Lebensenergie. Sehr gut. Oh, Gott. Komm her, komm her. Mann, ey. Oh. Ich war so gut dabei, ey. Ohne Witz. Ich war echt gut dabei. Okay, dann muss ich erstmal abchecken, wie das nachladen geht bei der Knarre. Komm doch, komm doch. Oh mein Gott. Da hatte ich gerade ein besseres Gefühl mit der Pistole als hier mit der Knarre. Immerhin kann man sich schützen vor den Geschossen, ey. Immerhin etwas. Oh, schnell einsammeln. Und voll reinlaufen. Alter, ich hab's gar nicht registriert. Ich Idiot. Spuck mal ein Blaster. Ne, ne, ne. Lass mal kurz sein. Ich renne, ich renne da voll in die Kanne rein und ihr fragt euch wahrscheinlich, was macht der da? Ich hab's nicht registriert gerade, dass er so wellenlos geballert hat, wa? Ich hab's nicht registriert. Durch Parasiten geblockt. Dann holen wir den Parasit weg, Alter. Junge, Junge, Junge. Was haben wir hier Schönes? Gewährt plus 5% Waffenschaden. Oh, oh. Alter, ich krieg direkt den maximalen Bonus. Alter, nice. Alter, geil. Was für... Alter, nice. 20% direkt, oder? Wenn ich mich jetzt... Obwohl, ne, ne, ne. 10%. Wir haben ja 400 erst, wa? Da stand ja alle 200, wa? Ja, 10% Schaden. Ist okay, ist okay. So, einen von euch hab ich gerade platt gemacht, aber jetzt... Oh, Junge. Beste Leben. Direkt Heilung. Ja, jetzt muss ich es aber auch schaffen, wa? Ist ja klar. Jetzt muss ich aber auch hier schaffen, den Raum zu überleben. Oh! Ja, Alter. Ja, Narkov ist so heftig stark, Alter. Du auch noch? Komm! Weil du die sie... Weil, wie man sieht, äh... Bedeut man die, äh... Pisser nämlich auch. Dann bleiben die auf dem Boden liegen, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann kann man direkt nochmal zuschlagen. Beste Leben einfach. Ach. Sich da treffen jetzt... Also, sich da treffen zu lassen... Also, das ist ja einfach nur... Das ist einfach nur dämlich gewesen jetzt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier? Hier wahrscheinlich, wa? Huh. Huh. Ich weiß, warum sie zu Erdrückten wurden. Göttliche Strafe für einen gescheiterten Aufstieg. Aufstieg. Das Wort hat meine Lippen kaum überquert. Da überkommt mich das Bild eines überweltlichen Wächters in der Tiefe. Ich habe Visionen des vor mir liegenden Weges. Sie führen mich hinab vom Olymp. Hinein in mich selbst. Ich allein. Bin würdig. Was ist ihr zugestoßen? Das bin ich nicht. Was redest du da, Junge? Was redest du da? Okay, Leute. Alter Mann, ey. Neues Gebiet. Man ist immer direkt doppelt so angespannt wie vorher, weißt du? Oh, nice. Glück gehabt. Übrigens, das mit der erweiterten Heilung. Ich habe es jetzt 100% verstanden, weil ich jetzt 100% mal drauf geachtet habe. Du kriegst links neben der grünen Leiste, seht ihr ja dieses Plus und drei Balken. Nur wenn ihr die grüne Leiste, die grüne Lebensleiste komplett voll habt und dann dieses grüne Harz aufsammelt, dann kriegt ihr einen von diesen Punkten und alle drei Punkte erweitert sich die Lebensleiste. Nur dann. Nicht irgendwie so teilweise, wie ich beim letzten Mal oder vorletztes Mal gesagt habe, sondern nur dann anscheinend. So. Okay, okay, okay. Der ist schon... Der ist schon... Der ist schon widerlich, der Gegner. Weil der haut schon dick einfach rein, wa? Der haut einfach richtig hardcore rein. Bleib schön da hinten. Oh, wie ich da durchgedasht bin. Wie ein Profi. Wie ein junger Gott, Alter. Wie ein junger Gott habe ich dich vernichtet, Alter. Was ist denn je los? Geh nach Hause, Bruder. Geh nach Hause, Alter. Wie ich dir den Platt gemacht habe. Instinktiv, Junge. Ich habe gar nicht nachgedacht. Mein Körper wie Son Goku Ultra Instinkt. Es hat einfach von alleine funktioniert. Es hat einfach von alleine funktioniert. Es ist einfach... Also, göttlich. Göttlich war das. Göttlich. Oh, Junge. Es ist... Ich bin so heftig angespannt bei dem Game. Das ist schon... Das ist schon von der Angespanntheit... Ist das schon auf Dinges Level, wa? Ich sage euch ganz ehrlich, auf Souls Level, Alter. Ich fühle mich auch so... So herausgefordert, wa? Wie beim Souls oder sowas. Muss ich ehrlich sagen, Alter. Muss ich ehrlich sagen, Alter. So. Nack auf Abgängszeit. Ja, okay. 75... Ach komm, einen hole ich mir. Einen probiere ich. Habe ich da irgendwas Geiles bekommen? Ja, 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 ja. Perfekt, perfekt. Okay. Okay. Hier drüben haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Genau, Waffenleistung. Hier drüben ist noch ein bisschen Lebensenergie. Auch diese Tentakel, habe ich gecheckt, endlich. Kann man auch nutzen, eigentlich. Komm, ich probiere es. Ich probiere es einfach. Auch diese Tentakel kann man eigentlich nutzen für sich selber. Indem man sich einfach irgendwo teilweise hochziehen lässt. Um da einfach, ja, Begegnen zu erreichen, die man nur... Die man sonst halt nicht schaffen würde. Alter, ich bin so... Ich bin so hart konzentriert, wie man gemerkt hat, ey. Wie man einfach gemerkt hat, wie ich überle... Äh, was? Hallo? Oh mein Gott, oh... Oh, Alter. Nichts mal aufpassen, bitte. Was haben wir hier Schönes? Nichts... Weltbewegendes? Komm mal da raus. Komm mal da raus. Ich sehe dich doch. Wie er nur seinen kleinen Schwanz zeigt. Was ist hier los, Alter, du kleiner Perversling? Ich bin nicht 100% zufrieden mit der Knarre, ehrlich gesagt. Ach, Kacke. Ach, Mist. Alter. Fußstapfen trete und dorthin gehe, wo sie immer hin wollte. Bin ich deshalb hier, um zu tun, was ihr verwehrt blieb? Aber das Haus wiederzusehen, fühlt sich an, als würde sie mich immer noch verurteilen. Äh, ja. Kriegt man auch Scham, wenn man diesen Gegenstand aufhebt? Nee, gar nicht. Okay, Alter, ich kriege ja Scham bei jedem Gegenstand. Meine Hoffnung war so ein bisschen nur bei Verbrauchsgegenständen oder sowas, aber... Das ist natürlich übel, ja. Ich stelle euch mal vor, ich verrecke, weil ich Gegenstand aufnehme. Das wäre ein bisschen traurig, ja. Was ist hier, Alter? Hier ist doch irgendwas. Hm. Okay. Safe-Raum. Oh, nicht genug Eta. Alter, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich würde gerne mal wissen, was das ist, ey. Nee, 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 nee. Hat er das jetzt gemacht? Was ist die Zahl für... Ich habe doch gar nichts gedrückt. Schauen wir mal ganz kurz. Ja. Ey, das muss ich mir holen. Auch wenn ich da ein bisschen weniger Waffen schon habe, denn... ...mit diesem einen Artefakt. Hm, ja. Narkov-Eliminierung generieren, Energieblitze. Klingt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Was war das hinter mir hier? Ja, nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Komm, komm, Alter. Ich heile mich jetzt hoch. Hab mehr Lebensenergie. Und dann sieht die Welt schon wieder viel besser aus, ey. Ist das nicht schön, oder? Ist das schön. So, jetzt heilen wir uns direkt hoch. Zack. Ja, Junge. Ja, was wollt ihr jetzt machen, hä? Was wollt ihr jetzt machen, Alter? Jetzt könnt ihr nämlich gar nichts mehr machen. Kann ich mir noch irgendetwas kaufen? Das ist eh vorbei mit der Kohle. Ey, Gott, schoß. Okay. Direkt weiter. Eht ihr natürlich nicht eintauschen gegen Kohle, ist klar. Nein, nein, nein. Direkt zurück, direkt zurück. Safe, 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 safe. Spielen. Okay, alles klar. Der hat ein Schutzschild. Sehe ich ja jetzt erst. Dann müssen wir rein. Beheben sämtliche Fehlfunktionen. Alter. Geil. Alter, hab ich Glück gerade ein bisschen, oder was? Der Wahnsinn. Bonusschaden. Explosivbresche neu. Ne, aber, ne, wie gesagt, ne. Schrotflinte, nix gut. Nix gut, Alter. Du musst die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Die ganze Zeit musst du geil zielen und so weiter. Und da ist ne Schrotflinte nicht geil. Für den Spielstil. Spielstil? Spielstil, den ich hab, ey. Passt das nicht so gut. Selbst wenn die ein bisschen mehr Schaden machen würde. Okay. Boah, Alter. Ich bin so heftig angespannt. Alles gut, alles gut, alles gut. Das ist halt wirklich das Geile, dass du dich vor den Geschossen hinter Bergen oder was weiß ich, Wänden schützen kannst. Verzieh dich. Verzieh dich. Verzieh dich. Die Knache ist nice. Die ist nice, Mann. Ja. Oh, plus neun schon. Plus neun schon. Oh mein Gott. Alter, ich bin so angespannt, Freunde. Aber irgendwie macht's Bock. Irgendwie macht's echt Bock. Oh nein, 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 nein. Okay, okay. Ihr seid easy. Hier ist doch irgendwo was. Also hier wird doch noch irgendwas angezeigt. Guck mal hier. Genau hier, wo ich stehe. Acht, hier. Ach, da an der Wand. Mensch. Ah, nein. So dumm und sinnlos, Alter. Ich bin rübergeslidet, Alter. Ey, wie dämlich einfach nur. Oh, so dumm, Alter. Das muss ich mir trotzdem holen. Komm mal, habt ihr gesehen, wie die da so ein bisschen rutscht, Alter? Ich hab's mir nicht eingebildet. Ist hier noch irgendwas? Oh, ne Kiste, ne Kiste, bitte was geiles. Ich hab gesagt, geil, geil, Junge. Bitte was geiles. So, Alter, nice, 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 nice. Es könnte, ah ne, ich sag gar nichts. Alter, ich will's nicht jinxen, ey. Ich will's nicht jinxen, aber das ist ekelhaft, Alter. Wenn du dich jetzt hier, wir sind immer noch nicht beim nächsten Boss oder so. Ich weiß nicht mal, ob der nahe ist, aber theoretisch müsstest du dich jetzt vom Spawn bisschen durchkämpfen, Mann. Wieso lasse ich mich von solchen Pissern treffen? Was ist denn los mit mir gerade? Siehste, ich hab's doch gejinxed, obwohl ich's nur gedacht hab. Ich hab's nur gedacht. Ich hab's nicht mal ausgesprochen. Aus Angst. Hier oben komm ich nicht hin, ey. Komm, komm, komm. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, wo kam der Laser her plötzlich? Ist da noch einer oder was? Wer hat den Laser geballert? Oh, Dreierschuss. Ne. Was haben wir hier? Generiert Xenodorn, der den nächsten Gegner aufschubst. Äh, was? Nehmen wir mit. Okay, jetzt. Direkt zweimal nehmen wir natürlich mit. Bisschen Heilung. Okay, weiter, 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 weiter. Alter Junge, alter Junge. Mann, 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 du. Okay, komm. Zeig dich mal. Wer bist du? Was bist du? So einer bist du. Junge. Hahaha. Junge, ich bin zu krass für dich. Ich bin einfach zu krass für dich, du kleiner Lappen. Okay, alles klar. Ich hab's gejinxed, aber scheiß drauf. Die dicken Eier musst du trotzdem mal haben. Schon wieder ausgewichtigt, schon wieder platt gemacht. Gar kein Problem. Loser. Einfach ein Loser, Alter. Einfach ein Loser. Boah, kennt ihr das Gefühl? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch selber so geil vorkommt? Und ihr wisst, alter, übertreib's nicht, weil es wird oft zurückkommen. Es wird dich noch vernichten. Werd nicht überheblich. Kennt ihr das Gefühl? In Spielen? Keine Ahnung, auch selbst so in Multiplayer spielen oder so. Keine Ahnung, COD damals so. Du machst drei, vier Leute Platz plötzlich. Und nächstes, Alter, komm, den nächsten mach ich auch Platz. Den übernächsten auch. Ihr könnt alle gleichzeitig kommen, am besten. Und dann kriegt ihr sofort auf die Schnauze. Dann sterbt ihr. Dann geht ihr wieder rein ins Spiel und sterbt sofort wieder, ohne einen einzigen Kill zu machen. So. Kennt ihr das? Kennt jeder, oder? Ich sag nur eins. Viel Erfolg, Alter, wenn du dich hier nochmal komplett durchkämpfen musst. Viel Erfolg, Alter. Klettere auf den Berg. Junge, bin ich hier... Bin ich Reinhold Messner, oder was? Der ja gerade auf den Mount Everest steigt, oder was ist hier los? Ziel erreicht. Bin endlich oben. Okay, achso, alles klar. Die Energiesignatur ist hier. Verbessert der Narcalfangriff. Hört sich gut an. Wie erblickt in zahllose Arme, die nach einem Wesen griffen, das wir nicht verstanden. Selbst nach zahllosen Festmälern an seinem Verstand geeignet. Flucht. Flucht ohne bis in alle... Irgendwas. Das reicht noch nicht. Kann ich hier lang. Ja, oder? Wann kriegen wir das Zeug, dass wir uns da langziehen können? Das ist doch bestimmt irgendwie was, oder? Es kann doch nicht anders sein. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendwie... Dass ich mir das die ganze Zeit einbilde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boss time. Boss time. Was hab ich hier nochmal? Alternativer Ding. Und Don. Okay. Oh Gott, Alter, mir schwitzen die Hände. Oh Gott, ich hab keine... Oh Gott, ich hab keine Lust hier, mich nochmal komplett hoch zu kämpfen. Ich hab keine Lust, ey. Holy moly. Holy moly. Alter, das sieht geil aus. Hey, sorry. Konzentration. Konzentration einfach vorne. Ich muss mich übertrieben konzentrieren. Ich will mich nur nicht beim ersten Versuch blamieren, ey. Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Oh mein Gott. Okay. Alter, was geht hier ab? Alter, mir schwitzen die Hände. Mir schwitzen die Hände so krass. Oh, nein. Oh Gott, wie? Oh Gott, wie? Das war so leut, ich treffe jetzt. Scheiße, unnötig. Oh Leute, ich bin so heftig konzentriert. Es tut mir leid, dass ich nichts rede. Aber das könnte ich mir eigentlich verstehen. Wo ist er? Oh mein Gott. Kann man Pause drücken oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schwitzen die Hände. Es ist nicht mehr normal. Alter, übertreib komplett. Übertreib komplett. Oh, das war knapp. Mit dem Bash. Nein, nein, nein. Oh! Oh, Alter. Er kümmert übertreib komplett, Alter. Nein. Oh, mein Gott. Nein. Falsches Timing. Falsches Timing. Oh, scheiße. Ich hätte es fast geschafft, first try. Oh mein Gott, war das gut. Das war echt gut, verdammt nochmal. Oh. Oh, cool. Cool. Eine Abkürzung. Nice. Immerhin etwas. Da muss man sich nicht durch den Tempel durchprügeln nochmal. Das ist ja geil. Okay, das ist nice. Okay, danke. Ich spiele das ja sogar fast schon korrekt von euch. Ey, das macht mich verrückt. Warte, komm hier. Dumm. Dumm. Wie dämlich kann man sein, Alter. Oh, ist die Kombi ekelhaft. Boah, Junge. Boah, Junge. Ekelhafte Kombi, ey, Junge. Ekelhafte Kombi. Scheiße, Mann. Okay. Okay, Leute. Na ja, gut. Es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Wir machen den beim nächsten Mal dann. Wir machen den beim nächsten Mal. Es war ja sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Scheiße, Mann. Ach ja. Egal. Also, die letzte Phase, die ist eklig, Alter. Da werde ich noch so oft getroffen. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, wie ich das am besten mache. Egal. Freunde, lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Haut rein. Und tschüss.